Wir sind bereits auf den Bund Naturschutz zugegangen, sind in den ersten Austausch gegangen. Wir haben konkret da nochmal unsere Pläne vorgestellt. Der Bund Naturschutz hat uns auch nochmal den Input gegeben. Wir sind jetzt einfach so verblieben, dadurch, dass unsere Konzeptplanung auch noch nicht so weit ist, unsere freie Verkehrsanladung, Planung auch nämlich konkret steht, dass wir uns zum gegebenen Zeitpunkt zusammenfinden werden und im Rahmen eines Workshops dann einfach die ganzen Vorschläge sammeln werden, um dann zu gucken, was lässt sich tatsächlich an unserem Standort dann auch umsetzen.